hieß sie waschen und kämmern und ihre Sonntagskleider anziehen, auch die neuen Schuhe und die scharlachenen Mieder und Brusttücher, die sie noch nicht auf den Leib gebracht hatten. Er selbst holte seinen Gottestischrock herbei und rief zum Fenster hinaus, »Hans, spann an!« »Mann, was hast du vor?« fragte die Frau. »Es ist heute weder Feiertag noch ein Kirchweihfest. Was macht dich so guten Mutes, dass du uns ein Wohlleben bereitet hast? Und wo gedenkest du uns hinzuführen?« Er antwortete, »Ich will mit euch die reichen Vettern jenseits des Gebirgesheimsuchen und dem Gläubiger, der mir durch seinen Vorschub wieder aufgeholfen hat, Schuld und Zins bezahlen, denn heute ist der Zahltag.« Das gefiel der Frau wohl. Sie putzte sich und die Kinder stattlich heraus, und damit die reichen Vettern eine gute Meinung von ihrem Wohlstande bekämen und sich ihrer nicht schämen dürften, band sie eine Schnur gekrümmter Dukaten um den Hals. Veit rüttelte den schweren Geldsack zusammen, nahm ihn zu sich, und da alles in Bereitschaft war, saß er auf mit Frau und Kind. Hans peitschte die vier Hengste an, und sie trabten mutig über das Blachfeld nach dem Riesengebirge zu. Vor einem steilen Hohlwege ließ Veit den Rollwagen halten, stieg ab und hieß, den anderen Gleiches zu tun, dann gebot er dem Knechte, »Hans, fahr gemachsam den Berg hinan, oben bei den drei Linden sollst du uns erwarten, und ob wir auch verziehen, so lass dich's nicht anfechten, lass die Pferde verschnauben und einstweilen grasen, ich weiß hier einen Fußpfad, es ist etwas um, doch lustig zu wandeln.« Darauf schlug er sich in Geleitschaft des Weibes und der Kinderwald ein durch dicht verwachsenes Gebüsche und späh hätte hin und her, und die Frau meinte, ihr Mann habe sich verirrt,